Ja, mein Name ist Ralf Schotlock. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der SW Versorgungs AG der Stadtwerke Wiesbaden. Und Nachhaltigkeit in jeder Beziehung ist uns natürlich als Energieversorger ein Anliegen schon seit Jahrzehnten. Wir haben umgestellt sehr stark unsere Produktion auf regenerative Energiequellen. Und ja, das Thema Plastikmüll ist etwas, was uns alle angeht. Auch hier versuchen wir natürlich Vorbild zu sein, neue Wege zu gehen und deswegen finde ich, das ist eine gute Aktion und deswegen heute packen wir alle mit an. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch in Personen Farbe bekennt, nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern auch mal gegebenenfalls ein paar Stunden selber direkt mit anpackt.